so dass wir uns in der weiteren folge jetzt mal police rp ab und tanken ganz spannend wir hatten gerade den schusswechsel war leider nicht darauf vergessen die aufnahme anzumachen das tut mir echt leid in der stelle was polizei und wir müssen wir tanken mal wieder sondern dass ich dich haben wir jetzt es ist kaputt gegangen man kann leider nicht man muss nur was unter tanken das ist schlecht so das ist der sang voll aber kann jemand sagen ich habe es kann irgendwo aktuell einsatz offen hier sind aktuell bei der kirche hier die platz es gab kirche es gab schüsse gegenüber von dem platz wir wissen jetzt nicht von welcher gang das kommt ich gehe aber eher von den krips aus also weil die krips sind in der kirche und wir kontrollieren aktuell die kirche und suchen die krips nach waffen ab als ein faller und loschen Oh, scheiße, doch, so ist es gerade passiert, ach man, egal. Ja, wir wollten die Straße wieder absperren, weil die Leute natürlich nicht durchfahren. Alles gut. Wir brauchen jetzt die Lechten durchsuchen, weil wir nicht bei der Platze gerade infeklaut. Komm. Alles klar. Ja. Zeig den Captain den Funk. Welcher Kollege oder Kollegen sind gerade in die Kirche reingegangen? Oder sind schon wieder alle draußen? Äh, entfügt noch mal. Ich glaube, das sind gerade. Ja. Ja. Die Polizeibeamte. Jo. Ich versuche, es ist möglich, dass für den Vorhaben die Leute losgehen. Ja. 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 Hat er das Wort gemacht, wenn sie nicht zu inkompetent werden und ein Schalt dabei machen sind, wenn sie hier alles versteht. Alte raus bitte. So, also jetzt die Hörbote, wir wollen jetzt weiter und Sie Gottesdienst an der Abteilung. können die Mönchengladen und noch mal die Muskeln Prozent Prozent nachher so das ist ein Zweck alles macht sie so ich möchte machen das ist ja ist hier irgendein hochrangiger von der polizeimpfung ja ein commander second captain second lieutenant super ich kündige dienst immer noch mal ich bin die m 359 noch im feierabend leute die mann oder es waren es war ja immer diese leute die kündigen oder der schrecklich war es erst mal gerade nicht im funk funk ist kriegen so 168 an frau nicole hage wird gekostet haben wir mit dem wagen schieben bis zum pd ja wie kann ich sagen und er hat mich überlegen was wir durchhalten aber ich bräuchte noch jemand der praktischen geschützten übernimmt der frage noch einmal über mich er gut her halle wurde der d in der freilich wird mal kommen und sie aber so etwas übernimmt nur für keine Missverständnisse das ist nicht meine Frau, sondern das ist meine Schwester glaub ich hab keine Missverständnisse Ja, es wäre freundlich, wenn Sie die Anbieter kommen Ja, wir sind ein bisschen schneller Dankeschön Jetzt sind Sie schon im äh... Immer gut, tschüss 168, 10, 12 Nee, da gibt's kein Autohändler 669, an die 651, komm Komm, Lern, sagt ihr schon, Pribate Ich hab bei einer Beförderung von meinem guten Essen gestern ungefähr bekommen mit meinen Kollegen zusammen Ja, na gut Da zieht der noch ein bisschen zu 2-3 Tage, schätze ich mal Ja, ich bin schon froh Nein, ich hätte es noch 2-3 Tage mit einer Beförderung Ungefähr Und Sie sind meine Frage, bist du da richtig? Ja, ich bin richtig, bin ich Kommando Ja, ich bin richtig, bin ich Ja, ich bin hier weggefahren, da schwören wir uns hoffen, dass es Ja, Polizisten übernimmt das, äh, ist noch ein Svottler bei dir drin Sonst übernimmt er das recht, das restliche Svott, was hier auch noch im Funk ist, auch Danke Also, das ist bisher echt das dümmste, was mir passiert Also, ich habe jetzt keinen Bock, linksüber zu fahren, weil es ist mir einfach ein deutliches Fanz soll Naja Wiederhole, ich bräuchte Verstärkung am ORF-D, vermutlich ein Waffenbesitz Hoch Hoch Letztens der Grund haben sie klingelt. Meine Frage, wenn Sie der Commander sind, ob Sie eine stärkere Waffe nutzen. Äh, nochmal bitte? Wenn Sie der Commander sind, können Sie mir sicher in der Frager beantworten? Ja. Warum wir bei Rassien keine stärkere Waffen haben? Äh, dürfte benutzen. Also, ich halte immer der Einsatzleiter. Warte, ey, der ist auf der Flucht, der Langwohner. Ja, aber wir sind auch beschäftigt. Ja, wir können nicht. Die Jungs waren schon. Aber ich habe nicht. Ähm, dürfen wir jetzt fahren? Wir sind auch eine Dodge fahren, weil ich mal noch... Nee, äh, der ist... Deutsch ist erst ab second. Wissen Sie noch was? Das ist der Carasol am Arsch, ist in der Schneck. Äh, ja, ich muss die Aufmerksamkeit an die 49er. Ja, aber wir können keine Verfolgung machen, weil die ganzen Gangs Autos besitzen wie Ferraris. Und wir schlucken im Prinzip nur Staub. Nö. So, den wird mich nicht in der Erf. Äh, haben die Unterstützung beim U-Sieger angefordert? Und den da auch nicht. Noch nicht. Äh, er hält der mal hinter uns. Ja, ich überlege, ich überlege mal, ob ich das äh ändert. Ja, also zum Beispiel County. Also, habt ihr euch schon mal erlebt, wo ihr hinwollt, wenn ihr befördert wird? Weil es gibt ja County Department und Stadt Department. Wollt ihr hin eigentlich wo? Äh, ich würde eigentlich nur das Dorf reinlösen. Kleine Diepläne sagen, sie eine Position. Ja. Da hab ich ne Idee. Da melden sich vielleicht heute noch bald den Second Captain Jack Wolf. Weil der stellt gerade noch Leute ein. Da hätten sie auch, da haben sich heute noch recht gute Karten, glaube ich. Alle anderen, also ein 1018a. Ja, weil der ist mich äh, Leiter von den kleinen Partner. Da melden sich bei denen heute am besten nochmal. Äh, keine Ahnung, was für ein Fattel ist auch immer ein rohes Fahrzeug. Ja. Jetzt fährt es wieder Richtung Blattfurt. Ich würde es jetzt nicht fragen, wo scheiße Frage. Ist mein Baumann vorbei? Ja, also, das hat versteckt. Ja, ich würde es jetzt nicht äh, neben dem Commander Fragen, die man befördert werden kann. Ja, nicht so gute Frage. Ja, nicht so gute Frage. Baumann. Ja, ich auch, wenn ich mal reise auch jetzt hatte, ich hab noch nicht äh, 해� currently beim Baumwärmst. auch mal dann können ja im grunde schon die pluspunkte sind müssen gleich rechts rein und zum wahrscheinlich ja das ist ein sehr spannendes display muss man sagen ich denke hier können so viel spaß was der standort von dem flüchtigen auto sondern dass wir gehen hier sollte weiter geht sie zunächst ein paar ist ein schön